wir kriegen besuch wahrscheinlich von sechs leuten wie kann ich denn noch mal bestücken hier verdammter mugs ich habe übrigens oben das erste bett finalisiert so was haben warum sich die tür offen friedlin schön zu machen irgendwas raschelt hier ganz gruselig ich gehe mal lieber ich würde das wirklich sehr schwierig wenn ich sage dass leute da musst du gucken hast du das verstanden ich habe das da nicht dran gebaut du wolltest rosa hast du gesagt du wolltest rosa bleibt von unserem haus weg und da kommt noch einer du mal nicht so ja weißt was du geraucht hast die kommen genau auf uns zu ja und damit ein herzliches willkommen zu einer neuen folge the forest wie ihr seht wir kriegen besuch zwei davon fangen wieder an zu meditieren drei davon hier offen ja ach so da weiß ich nicht nein was sie auf komm hier lang komm rein hier in die wohl ja komme und macht die tür zu so ich setze mich mal ganz kurz auf die ich gehe mal um an die an die armbrust wollte ich gerade sagen an die er ans katapult genau was jetzt aufregend endlich kommen aber habe ich jetzt habe ich das jetzt wie kann ich denn noch mal bestücken hier verdammter muss inventar ach ja ja genau 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 ich habe jetzt gemacht ich komme hatte mal mal ich bin auf dem auto ich bin hier drauf was macht denn hier was das aber nicht schießen jetzt sonst sind alle stein ja ja ich habe aber jetzt war mal ich habe ich sehe nicht ich höh ich sehe aber niemanden das licht ausmachen ich habe gar kein licht alles schon klar dass wir die nicht sehen ich habe kein meistens wieder abgehauen macht dann mal ich gucke mal hier durchs fenster aber ich sehe niemanden ja wir sind abgehauen da hinten rennen wir jetzt bei einem dessen laterale ist der horst ne tröste den mal wieder nicht was wollen die hier okay weiß ich nicht keine ahnung hallo sagen kaffee trinken hätte ich euch erwartet hätte ich kuchen gemacht aber wirklich wir müssen uns vorstellen für diese folge ja eigentlich ja nicht mehr genau das war so ganz so aufregend dass wir vergessen haben uns vorzustellen weiß egal ja ach hier muss ich jetzt nicht mehr springen ja und der maximum ist natürlich auch damit dabei genau hallo ja schön ja geht oder ja gibt ein dickes like genau ich habe übrigens um das erste bett finalisiert so schön so im wir haben besuch ja nichts mehr zu sehen ja irgendwie wobei ich eigentlich steht ach so beim beim hasen jagen ja ist nun nacht geworden das ist jetzt natürlich aber sind doch warte mal ich habe ich sehe von hier aus einen haare sind zwei jahre sind da gehe ich jetzt mal vor die tür ich gehe jetzt mal ich bin jetzt mal mutig an die vorher muss ich was essen da unbedingt was essen unbedingt was weg snacken so und was schlürfen wir wollen ja alles leer also muss ich meine flasche nehmen so und dann braun hallo ist da jemand nö können aber hasen sind hier gelten können zu hause doch nie sind keine hasen schade doch ist hat nie ist keine hasen meine fresse auch aus versehen in die wand gehauen hier muss wieder reparieren was du wieder mit dem presse ferns leise genau so ich hatte doch hasen gesehen nein so hatte etwas natürlich scheiße wenn wir sowas haben was ist denn was hast du gebaut er sieht so krass aus mit dem platz ist dem flackernden licht hier wenn man so ins haus guckt von unten ist so ein hexen haus auch nachts keine hasen naja was machst du denn da draußen hasen hasen jagen aber ich sehe keinen ich glaube wir haben alle alle beseitigt hier aber um sechs bist du wieder zu hause ja mama steine muss jetzt auf jeden fall mit bringen ja mache ich kann ich mit nach hause ich kann keine aufnehmen aber ich bin voll mit steinen ist ja krass was 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 hast du gebaut vielleicht sieht sogar von hier aus ach da ist was ja genau nee ach doch die obere ich dachte gerade die hatten wir doch schon mal aber ist ja blödsinn ja genau wir hatten doch wir hatten letztens eine idee das war wie war denn die beginne normal mit dem astori oben die die das dach erweitern eigentlich so wie es jetzt auch schon hatten ja aber wird es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger da wir kann ich glaube jetzt mal die steine die hier drauf liegen fertig und der erste teil aber jetzt oder ach so da hinten auch noch ja genau die große die große mauer habe jetzt mal die steine runter geklaut vom katapult mein chat doch nicht überhaupt vielleicht haben wir irgendwas aufgebaut oder so wie ich das super erlebt habe ja das hatte ich schon mal da haben die vision du bist sogar du bist ja so ziemlich laut gerade ich kann zu laut sprechen ja da haben die vision exempel statuiert da vorne das ist ein so eine große so eine große stange die ganze zeit gepiept hat wie so ein sender zum sender dieses jahr irgendwas war ich davon mal gelesen oder gehört oder was immer genau weiß ich weiß ich weiß nicht was das ich habe hier was gehört naja ich höre ich höre mal wieder nichts warum auch immer hier muss noch was reparieren jetzt sind hier alle steine geerntet worden naja fast was war das denn ist halt irgendwas gehört aber das war das rädchen warum ist die tür offen weil ich steine sammeln muss deswegen was liebten hier schreck bekommen die tür selbst vor denen von die bürde geknallt ich glaube noch drei steine hier ganz gruselig ich gehe mal lieber ich habe ja was gehört ich war keine steine am katapult also ein glück nicht dass wir das ding noch gebrauchen unser bauprojekt geht geht vor was was mir noch nicht so richtig gefällt wenn man hier auf die terrasse treten möchte von hier oben geht das nur indem man sich sagen an der wand lang handelt ja aber ich glaube wir werden es nicht ändern können ich mache das gleich morgen also spielspielzeit mäßig probiere ich da mal was aber ich glaube wir hatten schon probiert kann das sein wie es irgendwie so naja was der deine baufertigkeiten von ein bisschen erweitern können mit dem also was flur angeht ach so ja 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 okay das war das stimmt so steine habe ich jetzt na komm eine noch wo ist er da ist er das war schon die letzte ok fertig gleich ups ist fertig von unserer eigenen tür zermalmt so ok es sind noch zwei steine die habe ich ich bin unterwegs ja ich muss noch etwas einfallen lassen aber ich versuche mal gleich mal was der wind der pfeift durch die hütte meine fresse wo ist wo ist er hier wollte mal wollten wir eigentlich nicht hier sind knochen an die knochen dingens ja ganz so genau oben im zwölften stockwerk soja warte mal ich teste mal was wir das irgendwie hinkriegen mit dem sind das ist custom floors nie das geht das geht das geht nicht das geht nicht ich könnte höchstens warte mal jetzt wird's jetzt wird's doch ok was die tür nicht auf ach so moment war denn das custom ruf ist unser unser tor kaputt ja ich habe dagegen gedroht aus versehen angeklopft ja das wird echt echt schwierig wird das schwierig ja sehr sehr schwierig sehr sehr schwierig hast jetzt endlich steine da reingepackt wo reingepackt ach oben in dem jahr ja das ist fertig ok das ist fertig ach komm schon morgen geht das nicht hier das ist voll komplett oder hinten läuft auf jeden fall einer aufmügel 23 3 ob die rennen los ich komme zurück man ist doch flink ja die von da oben ich bin gerade am rumbasteln hier wenn ich sage also leute da musst du gucken ja du schaffst das schon und er hat aber fünf leute die von gestern glaube ich die von ok ach verdammt ich nie 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 oh man es will nicht so wie ich es will hier eine froh die erse will nur irgendwie will das nicht hier aber eine frelle das ist echt doof hier mann ich glaube da oh warte mal doch könnte vielleicht nicht ich krieg's nicht hin verdammter Mist da hinten sind die die kommen uns dann wieder ein bisschen näher hier ok also noch sind sie ein stück weg ja aber ich kann sie schon sehen von hier aus kann ich sie auf dem hügel stehen sehen und die machen sich da ganz schön bequem ok äh gefällt mir nicht kannst du kannst du eventuell mal kommen hier und hier mal dein Urteil ja ich bin unterwegs ich krieg's nicht besser hin hier also ich wüsste nicht wie ich jetzt hier eine Decke einziehen kann oder einen Boden oder irgendwas jetzt habe ich hier mal was gebastelt was jetzt habe ich hier mal was gebastelt was naja ist ein Kompromiss sag ich mal aber mir aber auch nicht das ähm das ähm weil ich uns da machen soll geh mal nach oben das ist doch gut aus geh mal nach oben bis jetzt wie gesagt nicht nicht äh direkt eben ja was hier in unserem haus schon eben ja eigentlich doch gut was meins ist okay kann man so lassen ja ja das ist super du könntest ja testen ja nur schuld von von der anderen seite angucken ja ich hoffe dass ach so ja da habe ich noch gar nicht drüber aber ist doch egal ja das ist gut so mal sehen ob es auch so blickig ist ja so na gut wie spät ist äh ja ist noch relativ früh am Morgen denke ich ach ich hab schon wieder Hunger jetzt gibt's doch nicht man 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 du kommst ja genau richtig du redest ach mir fällt da gerade was ein wie viel ähm Hasenfell brauchen wir noch äh zwei glaube ich ja zwei genau so dann haben wir das hoffentlich kommen wir hier unten dann nachher durch wenn hier der Balken steht juhu unsere betten sind fertig damit wir haben jetzt zwei save points hier cool ach wer hat nur noch ohne ende Hasenfell oder ja ein paar haben wir jetzt noch glaub zwei noch die ich mir nie verguckt hab äh einer noch ein Hasenfell noch ja da werden wir was wegsnacken hier äh wenn das irgendwie geht äh ich das äh das war nicht gut glaube ich mhm komisch du bist doch sonst immer lauter gesunde Sachen ja eben aber habe ich jetzt hier ich nehme das Auto mit du hau ab hier grünes Fleisch ja ich komm auch mal mit dem mit dem mit dem Auto mit dem Auto genau ja meins endlich soll ja auch noch bestehen draußen ja da na gut was sie sich reichert aus fähnchen annehmen ich habe das da nicht dran gebaut du wolltest rosa hast du gesagt du wolltest rosa mhm er hat drauf bestanden stimmt's ja genau naja tu mal nicht so wie viele Fische haben wir hier so nicht mehr so viele na gut jo du bist dann alter schwächige Sturm was der Fisch die Fische die Fische ja die Fische jo jo woi äh oh äh ja perfekt voll auf unsere Autos oh hörst du das? nein hast du dir gehört? ich verstehe nicht warum ich nichts höre die höre ich nur wenn die nicht direkt neben mir stehen hier unten ist der irgendwo ich glaube der ist hier unten ja hast du Angst gekriegt? da ist er oh 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 wir rennen zu unserem Haus wo was wo? ne oh jetzt habe ich nie gehört oh da sind wir wo wo? oh krass äh ich sehe trotzdem noch keinen wo ach da ja 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 bleib von unserem Haus weg da kommt noch einer da kommt noch einer tu mal nicht so her komm komm nicht schlafen na also geht doch endlich mal wieder ein paar Lampen bauen ja komm die schmeißer gleich aufs feuer äh ja nimmst du die? ich nehme die nicht mach mal holz weiter hier erstmal äh wo mach ich denn hier? ach ja ich kann nur einen nehmen äh ja ja ich hoffe nur das ist nicht wirklich jemand hin hier an zu unserem ja ich hat ja immer die türe offen gelassen äh dies habe ich das glaube ich oh so maybe ich sag da mal nicht zu ich halte mich da mal raus ja das ist der schuldfrage oder bei der schuldfrage hm 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 naja ja 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 du dumm die dumm du dumm die dumm du dumm die dumm äh ach du hast gerade ein baumig fällt stimmt? ja ja ok ich meine was hier für ein krach ist ja das bin ich äh das war ja mal wieder hier zum lück waren es nicht so viele waren nur die beiden hm ja das äh hä achso dann komme ich erstmal wieder zurück weil wir haben glaube ich wir könnten dann auch wieder genug fürs baumhaus hm warte mal oh ne 30 brauchen wir? hä? zwölf davon gehen zum baumhaus glaube ich ja gut aber mir fällt gerade nicht ein für was ach oben die da fahr schon mal los ich ich hol die an ich hol schon mal den Rest holz ja genau die rolltreppe du hast du mein paar auch schon feuer ne ne na na im baumhaus ich ist äh fast fertig du bist ja schon an mir vorbei noch neun noch neun noch neun noch neun war doch mehr als ich dachte ich dachte wir brauchen hier noch vier oder fünf oder sowas hm wo neun noch neun hinten nach na ja das ein schlag der feld in der pilum was der vogel fliegt rückwärts oder sie das muss so aus wie viel gegenwind wahrscheinlich wer weiß was du geraucht hast ich vor allen dingen das ist übrigens in die richtung da ich ein bisschen mehr holz noch mit oder landet ein ein adi die vögel die sind die vögel picken ja mache ich ich weiß habe ich schon mal gesehen ja jetzt muss ich aber nach der ganz hinten fahren um den letzten baum noch zu holen das ging nicht ich dachte man kann naja dann schmeiße ich den heini mal aufs feuer und ja ein bisschen klein sport einlegen die du die du ich weiß gar nicht habe ich genug wo sind ja schon lag hier hattest du dich lag hier schon einer drauf hätte habe ich schon aufgeschwistet habe ich schon warum ja ich habe das ging gerade mit dem anzünden nicht musste erst mal den heinis in den heini hier so er brutzelt sehr schön er brutzelt er brutzelt ja und während er vor sich hin brutzelt würde ich sagen verabschieden wir uns wieder mal für diese folge zeit ist mal wieder rum mensch ja es geht richtig so schnell jedes mal unglaublich aber was soll es kaum ein paar leuten die köpfe eingeschlagen zeit vergeht schneller beim exekutieren ja genau wir sehen uns wenn ihr lust habt in der nächsten folge the forest und ja werden sehen wie wir voran wie wir vorankommen hier in unserem baumhaus mit unserem häuschen da oben fehlt jetzt noch ja der pseudoboden den wir eingezogen haben damit wir nicht ständig runterfallen ja alles das wie gesagt in der nächsten folge vielen dank fürs zuschauen und schönen abend noch schönen tag noch schönen morgen noch je nachdem wann ihr die folge schaut bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss